Ich werde euch töten. Leute, er ruft an. Tom, was willst du von uns? Ihr solltet abonnieren und liken. Ich komm jetzt auf. Peace Leute, was ist Calvin? Ich bin Marvin. Im letzten 3 Uhr Nachts Video habt ihr ja gesehen, dass die Tom und Angela App sich bei Marvins Handy automatisch installiert hat am Ende. Richtig crazy. Genau. Und wir werden heute beides zusammen mal testen. Talking Tom und Talking Angela zusammen. Und Leute, es gibt einen Trick, wie die anrufen. Und zwar gibt es eine Kombination im Spiel, die man drücken muss. Dann wird man von Tom oder von Angela angerufen. Das werden wir auch heute probieren. Ja, wir haben 3 Uhr Nachts. Wir sind gespannt, ob heute kranke Sachen passieren. Genau. Das letzte Mal war crazy. Ja, wie immer Leute, gebt einen fetten Daumen hoch für eine neue 3 Uhr Nachts Challenge. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Le. Go. Okay Leute, ich werde Talking Tom testen. Auf deinem Handy testen wir gleich Talking Angela. Jetzt wird mein Handy dran gelaufen. Genau, diesmal dein Handy auch. Nicht nur meins. Na gut. Leute, wir fangen bei mir an mit Talking Tom. Den hatten wir ja im letzten Video. Und der war auch schon ganz creepy um 3 Uhr Nachts. Und wir gucken, wie er heute drauf ist. Und wir testen auch den Glitch. Wir werden auf jeden Fall testen, ob der uns dann anrufen wird bei der Kombination. Wir starten die App. Talking Tom. Wir müssen wieder, schon wieder alles von vorne hier erlauben. Oh. Tom, hallo? Tom, hallo? Okay, Tom ist am Start, Leute. Okay, Tom ist am Start, Leute. Okay. Ähm. Tom, was geht ab? Tom, was geht ab? Bist du ein Hacker? Bist du ein Hacker? Okay, ähm. Tom. Okay, ähm. Tom, wie geht es dir heute? Tom, wie geht es dir heute? Okay, der sagt mal alles nach wie letztes Mal. Ja. Ja. Ähm. Er ist ein Warnes-Arm, wie letztes Mal. Ich beobachte euch. Wow. Der hat doch... Wofür will er uns veräppeln? Der hat von alleine gesprochen. Der hat doch gerade gesagt, ich beobachte euch. Ja. Ich habe das nicht gesagt, Leute. Der hat von alleine gesprochen. Der hat gerade gesagt, ich beobachte euch. Ja. Ey. Der kann von alleine reden. Der macht wieder Spiele. Tom. Richtige Psyche. Tom, wir haben gehört, du bist da. Äh, rede nochmal mit uns, bitte. Tom, wir haben gehört, du bist da. Äh, rede nochmal mit uns, bitte. Tom, bist du hier? Tom, bist du hier? Ich bin Warnes. Boah. Jetzt wohl geschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Mach am besten Untertitel, falls man das nicht ganz verstanden hat. Aber der hat gerade gesagt, ich bin Warnes. Ich bin Warnes. Jetzt tut er wieder auf Undercover hier, oder? Okay, okay, okay. Leute, wir machen jetzt die Kombi. Der muss auf jeden Fall hinfallen. Und dann soll der anrufen. Man muss einmal seinen Kopf berühren. Seine Brust. Seine Füße. Nochmal Füße. Brust. Kopf. Kopf. Und wenn er hinfällt, dann sollte der anrufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, er ruft an. Talking Tom. Sollen wir ihn annehmen? Ja. Ich nehme an. Äh, hallo Tom? Du musst eine Aussprache machen. Oh. Tom, hallo? Hallo. Jo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tom, was willst du von uns? Ihr solltet abonnieren und liken. Ich komme, was heute ist. Leute, ihr müsst liken und abonnieren. Leute, jetzt den Like-Button sprengen. Komm, haut rein. Sonst kommt der. Nicht, dass der noch kommt. Leute, knall die Likes voll. Wir sehen alles, was du machst. Ihr redet jetzt besser mit meiner großen Liebe Angela. Wow. Okay, okay. Okay. Wir sollen Angela anrufen. Oder wir sollen irgendwas mit Angela, hat der gesagt. Sollen wir jetzt die App runterladen oder was? Ich glaube, du bist dran jetzt. Okay. Wir sollen mit Angela sprechen. Das wollten wir auf mein Handy machen, ne? Okay, Leute. Ich schlage das App runter und dann werden wir das gleich schon machen und gucken, ob Angela anruft, ne? Ja, komm. Du bist dran, Mann. Okay, Leute. Calvin hat sich die Talking Angela App jetzt runtergeladen. Klick einfach mal drauf. Geh drauf. Ich werde euch töten. Wow. Wow. Was? Was zum Teufel? Du hast die doch frisch runtergeladen gerade oder nicht? Die App. Der erste Satz hat das gerade. Oh mein Gott. Das war der erste Satz, den die gesagt haben. Die sind connected. Ey, die sind... Top und Angela. Ja. Ey, das ist kein Zufall mehr. Ich konnte die langgarten. Der erste Satz hat das gerade. Oh mein Gott. Das war der erste Satz. Jetzt tut die so, als wäre nichts gewesen. Entweder noch mal, Leute. Du musst auch die Kombi machen. Leute, wir machen jetzt... Ey. Du musst auch die Kombi machen. Bringt schon mal gut an. Wir haben nicht schon mal die Kombi gemacht. Versuch. Auch. Also, du hast es mir gemerkt. Kombi war, erst mal sie kitzeln, ne? Äh, Kopf. Kopf, Brust, Fuß, Fuß, Brust, Kopf. Und dann müsste die hinfallen. Okay, okay, okay. Also so, dass die hinfällt. Bist du ready? Okay. Fühlst du? Ja. Und dann müsste die hinfallen. Kopf. Brust. Brust. Fuß. Fuß. Brust. Kopf. Noch mal Kopf. Und noch mal Kopf. Genau. Dann müsste die eigentlich anrufen, ne? Aber... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die hat aufgelegt? Die hat aufgelegt. Mach noch mal, mach noch mal. Okay, okay, okay. Okay. Kopf. Brust. Brust. Fuß. Fuß. Brust. Kopf. Und noch mal Kopf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, geht ran. Geh dran, schnell, schnell, schnell. Lautsprecher. Talking Angela? Talking Angela. Hey. Oh. Oh. Was soll ich sein? Talking Angela. Was willst du, Tom, von uns? Wir wollen euch leiden sehen. Was willst du? Was? Scheiße. Oh, mein Gott. Die hat aufgelegt, die hat aufgelegt. Ja, jetzt tu nicht so. Ja. Alter. Oh, mein Gott. Meine Hände hat keine Sorgen, ey. Ja, Mann. Was ist das? Du musst heute rufen. Oh. Leute, Talking Tom ruft an. Soll ich dran gehen? Soll ich dran gehen? Ja. Okay. Tom? Kevin und Marvin. Wo weiß der das? Wie das sind? Wo weiß der das, Mann? Der sagt einfach Kevin Marvin. Wo bist du? Ruft Angela an. Ruft Angela an? Wie? Ruft Angela an auf deinem Handy. Er macht nochmal den Trick. Okay, Leute. Wir reden jetzt mit Talking Tom und Talking Angela. Ihr zwei Ganoven, was wollt ihr von uns? Wir sind Hacker. Wir wissen alles über euch. Was treibt ihr für Spiele? Was wollt ihr? Angela, wie sieht's aus? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und du? Ich auch. Du schnappst dir Calvin, ich schnapp dir Marvin. Los geht's. Oh, mein Gott. Die wollen uns kriegen. Mach auf. Oh, mein Gott. Können wir verweilen, der Hände. Was? Die meinen, die wollen uns kriegen? Die wollen uns kriegen. Ey. Ey, nein. 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 Meins, wir sind hier. Schließer. Sollen wir gucken oder was? Ich weiß nicht, wir müssen. Ich will das nicht rumgewissen, hier. Wir müssen. Komm, wir müssen was. Ich werde wieder angerufen. Ne, dein Handy ist das. Weiß? Ja. Okay, Angela, was willst du? Ich bin sofort in den Flur, ohne Marvin. Sie sagt, ich soll kurz in den Flur kommen, alleine. Soll ich nicht mitkommen? Ey, das mache ich jetzt nicht. Sofort! Ich gebe jetzt nicht unbedingt eine Radikale. Oh, mein Gott. Ey, ich gehe nur vorne rein. Bleib da in den Händen. Daniel? Ja, ich komme ja. Chill mal. Oh, mein Gott, lad. Okay, Angela, was willst du? Ich möchte nicht weitergehen. Hier ist alles dunkel. Mach kein Licht an und komm zur Toilette. Sie hat doch bestanden, dass ich im Dunkeln komme. Ey, was geht ab? Oh, ey. Calvin? Calvin? Leute, wo ist Calvin? Ich habe Calvin gehört. Calvin! Calvin! Oh, mein Gott. Warum ist die Licht an? Was ist denn? Oh, mein Gott. Calvin! 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 Was ist denn? Calvin! 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 Hey, diese App! Ich muss die schließen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wo ist Calvin? Ich muss kommen. Oh mein Gott. Leute, ich kann Calvin nirgendswo finden. Ich habe nur sein Handy. Talking Angela? Abonniert und liked, sonst komme ich zu euch. Leute, abonniert und liked das Video. Du wirst Calvin nie wiedersehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ey, das wird mir zu viel, Leute. Abonniert, liked das Video. Oh mein Gott, ich weiß was ich machen soll. Leute, bis zum nächsten Video. Peace.